Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Axel Tischer, ich habe deine Botschaft selbstverständlich erhalten und angesehen. Und ich muss zugeben, du hast einen sehr guten Punkt. Dementsprechend, auch nachdem ich mir die Historie noch einmal angesehen habe, ist in den vergangenen Monaten wirklich nicht immer alles ganz gerade und sauber gelaufen. Das ist kein Zustand, wie unser BXW Unified World Wrestling Championship verteidigt werden sollte. Gerade in Dresden, gerade bei True Colors, wollen wir dafür sorgen, dass klare Verhältnisse geschaffen werden. Und aus genau diesem Grund wird es in dem Championship-Match nicht nur einen Referee im Ring geben, sondern auch einen zweiten zur Absicherung draußen außerhalb des Ringes. Damit steht klaren Verhältnissen und einer finalen Entscheidung nichts mehr im Wege. Und ich freue mich auf das große Titelmatch.